Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Hier werden wir diese gegebene Bildfunktion mithilfe einer Faltung in den Zeitbereich Inverse-Laplace transformieren. Die Funktion ist durch zwei multiplikativ verknüpfte Terme gegeben, nämlich 1 durch s-2 und 1 durch s-4. Wir transformieren jeden Term für sich alleine in den Zeitbereich. Dadurch bekommen wir e hoch 2t gefaltet mit e hoch minus 4t. Die Transformation haben wir mittels der Korrespondenz 5 auf der Laplace-Korrespondenztabelle durchgeführt. Ich beziehe mich auf die Laplace-Korrespondenztabelle, die es in meinen Udemy-Kursen zur Laplace-Transformation zum Download gibt. Den Link dazu finden Sie unten in der Infobox. Sie können aber auch jede andere Laplace-Korrespondenztabelle verwenden, wie Sie sie überall im Internet finden. Natürlich ist dann da die Nummerierung wahrscheinlich etwas anders als in meiner Tabelle, da müssen Sie also dann bitte darauf achten. Wir wenden nun auf diese Faltung das Faltungsintegral an und erhalten dadurch für f von t das Integral von 0 bis t von e hoch 2tau mal e hoch minus 4 mal t minus tau in Klammern nach ttau. Den zweiten Exponentialterm ziehen wir nun zu zwei Einzeltermen auseinander. Das ist dann nämlich von Vorteil, weil t in diesem Integral ja eine Konstante ist, können wir nämlich den Term e hoch minus 4t vor das Integral schreiben und das Integral selber vereinfacht sich. Außerdem ziehen wir nun die beiden e hoch tau-Therme zu einem einzigen Exponentialterm zusammen, indem wir die Exponenten addieren, also wir rechnen 2 tau plus 4 tau ergibt 6 tau, also e hoch 6 tau. Nun integrieren wir den Ausdruck e hoch 6 tau nach d tau, das heißt, weil ja tau die Integrationsvariable ist, kommen wir ein Sechstel mal e hoch 6 tau in den Grenzen von 0 bis t. Wir setzen nun die Grenzen ein, wir rechnen also obere Grenze minus untere Grenze und erhalten dadurch in der Klammer den Ausdruck 1 Sechstel e hoch 6t minus 1 Sechstel mal e hoch 0. e hoch 0 ist ja 1, weil irgendwas hoch 0 ist ja immer 1. Nun multiplizieren wir den Vorfaktor e hoch minus 4t in die Klammer hinein. Den konstanten Vorfaktor ein Sechstel klammern wir aus und das ist nun unsere in den Zeitbereich transformierte Funktion klein f von t. Kleine Anmerkung noch für mir persönlich, also diese Aufgabe hätte man auch mindestens genauso schnell mit der Partialbruchzerlegung lösen können. Am besten probieren Sie das immer für sich selber aus und gut ist immer, wenn Sie beides können, sowohl die Faltung als auch die Partialbruchzerlegung. Und ansonsten finde ich, diese Aufgabe ist ein wirklich schönes Einsteigerbeispiel, um die Anwendung des Faltungsintegrals zu zeigen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video zu diesem Thema ein bisschen weiterhelfen. Wenn Sie eine Frage dazu haben, dann schreiben Sie doch einfach Ihre Frage unten in die Kommentare. Ja, vielleicht sehen wir uns einmal später wieder bei einem anderen Tutorial. Bis dahin Ihnen alles Gute und Tschüss, Ihre Barbara Kronberger.